Das Cinego-Top-Team wird trainiert von Nikolai Brankovic. Sein Style Kickbox aus Serbien in der Roten Ecke ist Stefan Strankovic. Sein Gegner aus Österreich kommt vom City-Top-Beach. Sein Style ist Kickbox zum DJJ. Das ist Brazilian Jiu-Jitsu. Er wird trainiert von Orlando Leto. Bitte grüßt ihn noch einmal aus Österreich, Roman Kettner. Auf dieser Kampf geht über 305 Minuten. Rückrichter ist Nikolai Heijani. Der Kampf ist nicht super, dass sie ihn wiederholt haben. Der Kampf ist sie nicht nur für die Fall. Daная er sich mit seinen Körper aus dem Kopfstturm. Der Kampf ist sehr, sehr leicht, sehr mystery ein Teil für die dritte Versuche. Oder können Sie das nur für die Schlüssel merken? Der Kampf ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Kampf ist ein Stolz. Der Kampf ist ein Stolz. Der Kampf ist ein Stolz. Der Kampf ist eine Stolz. Der Kampf ist ein Stolz. Das war's, das war's. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Stopp! Stopp! Das war's, das war's. Das war's! Das war's für heute. Baum sind an Pechso, Pechso, Pechso! Gehe mit zwei durchaus Schuldnoveu Baum ist so um sword die Hälfl khôngил Woch funds Im Ei heißen, men ups Er hat denn Coll estaba er, hat denn derme Daft deru, nach��나, nacho Hatsch frisch mit deinem Kurs He. Musik. Musik. Vielen Dank.